Honestia, es sind nach vier, fünf Stunden Fahrt gut in San José eingetroffen. Christian hat zum Glück ihr Google Maps dabei. Das war in der Lage, bei den vielen, vielen Einbahnstraßen den richtigen Weg zu finden. Der Weg durch die Berge ging auch ganz gut. Ging hoch und runter, hunderte LKWs unterwegs, die dieses und jenes gemacht haben. War total spannend. Und was wir hier sehen, ist jetzt nochmal ein sehr, sehr schöner Abschluss des heutigen Tages. Alles, was Gesundes, bekommt hier unser Frank.